Als Junge war ich dieser Pyro, der Rauch liebt. Heute noch bin ich dieser Typ, der niemals aufgibt. In Kreuzberg war nur wichtig, man stirbt nicht. Deshalb bin ich heute so harmoniebedürftig. Jetzt für euch im Test die Panda Forest. Sieht ziemlich klein aus, aber da steckt ordentlich was dahinter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017